Willkommen, Freunde. Es ist eine neue Folge 16, Karrieremodus. Ja, und der ist auch noch wieder dabei. Moinsehen! Und wir waren gegen Aura 96 spielen! Wie gesagt, in der Folge hat es auch wieder passiert, dass im Kurzum knapp das Mikro ab ist, das Mikro an ist. Es ist immer eine Frage der Zeit, aber ihr wisst es ja schon. Einfach von euch. Ihr wisst es ja schon aus vielen Folgen, dass es so ist. Deswegen also. Garnit. Scharker. Ach, Scharker. Der Fall wird auch mal diesmal austesten mit einem. Äh, mit dieser, mit dieser, wie soll ich sagen, mit dieser. Mit dieser Spezial. Diesmal. Jubel. Jubel, was? Soll das geht's. Ja, ich hab' darauf zumindest keine Lust. Alter. Das war kein Verwoll, ich weiß es nicht. Oh. Der lässt sich da halbwegs. Der lässt sich dann halbwegs fachsachend. Und der möchte das, wenn wir gerne mal angucken wollen. Woll. Stimme, Stimme wieder mal auf den Platz und dann gibt es gleich 100 Meter. Gut, ich gebe keine Karte, aber... 3 das war jetzt 0,0 naja der hat naja würde ich mal sagen aber bitte mach ich auch der kann auch einen Saldo machen und das ist jetzt ab sofort dein neuer Jubel dann würde ich mir auch noch mal einen schönen Jubel raussuchen die heißen dieser Jubel mit Zulia das reicht wenn man das macht müssen wir gucken an nach der Folge mal schön was musst du dafür machen jetzt noch mal ich hab sie ganz mitgekriegt L2 und rechten Stick nach rechts drin also so hier guck mal so mal hält ihr sogar dafür kein Absatz ja die Taktik funktioniert wie wir es machen die Taktik funktioniert da z nur wenn man einmal schießen und die Kentsche um so also die Kentsche übrigens das ist es da war er aber auch ohne Wurzl diese Saison aber mit dem heiz ist und wo er zieler steht wahrscheinlich steht er nicht drin oder den feinchen verlassen auf einig hinschmeißen nicht und und gut bitte bitte und gewonnen der Schöner war ja völlig frei Stimmel macht das sehr schön macht es so spielen wir nicht in der Sommage an zuderschein zu holen schön sauber ich kann nie wieder sich mit er hat es vorgelegt aber schied der reingegangen X jetzt muss man traurig macht sich bis jetzt mittelmäßig jetzt ist er macht er so ist ein Paul also das ist eine Sache mit Traurig zur Zeit haben gefällt mir dann die Mitgliedschaft die Mitgliedschaft der Schuhe ist ungewöhnlich so verlängert sind die Äpfel so lang naja endlich ich die macht nichts draus jetzt geht er noch voll kann kein volk gewesen sein das war ein ich weiß nicht so ich bin auf der linie also wie viel glück haben wir denn bitte jetzt wer denn jetzt der Hannoveraner aber trotzdem krass geschossen so das ist unser erst mal Alter verpisst euch Alter ich will den Pass zu dir geben und nichts geht an und Pressing Jungs und Pressing und Pressing und Pressing das ist zu wenig Pressing nicht du aber es ist doch ich meine die anderen Spieler müssen das ist noch mehr rein Alter legt den Ball dich noch 20 Meter vor das ist doch so rein und ich will und sie ist nicht einfach auch so zu spielen dann durch das sie zu holen das ist nicht immer ich würde so richtig rum will den Ball haben der Karte so wird ordentlich alter der Arme traurig die jetzt bin ich auch der mich auch so kann so Lohn Kugel-Maschmann Mann aber jetzt er hat auf dem Baustein Wusterland und schwierig Bayern noch nicht die mit einem Kumpf wieder der Jostik m wie die schon spielen warum das spielen wir denn jetzt hier ex-mails oder das war jetzt noch weniger hast du jetzt e hier konnte nicht nur wissen das ist was jetzt und die wir gehen in den Ball und verkehrt hier und sie ist denn das ich wurde auch abgedrängt und durch als erinnert das war ein schönes Tor wir sind zwar ein guter diese brauchen wo man zieler mir ja schlicht zu holen und den Ratten gut dafür ist auch nicht so komisch wie wir hier neulich spielen den hast du gesehen war auch nur du gesehen ach den kannst du musst du alles machen schon wieder nach einem großen fail gehts jetzt weiter das war nicht nur hier ich bin halt so gut ich drübel mich hier durch wir haben die reingehen das macht die Lagerweile ja der war fast draußen uns gemäckel mit Tricky doch wenn er sich traut das ist doch so mit 10 daraufhin verlassen dann steht ohne Chance Juppa gut das war noch verdient das war jetzt das ist noch halbwegs verdient jetzt gehen wir auf die dann noch hier und wir gehen auf der mehr weg da machen das 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 kann doch nicht sein das ist doch einmal schönes zu schönes zu spiel das wird wohl das wahrscheinlich 2 2 doch du bist alter sommer wie viel glück der arsch hat wie viel glück der einfach hat ey das ist unverschämmer so glück muss man erstmal haben so den Ball weg so man wartet eine stunde da erstmal sorry die feinjustierung des balles ist noch ein woran jetzt geht doch einer maranda warum macht denn da ich glaube mehr zwischen die bühne schon und das ist auch mal noch ein faul wie machen wir in der fifa nicht drüber laufen das habe ich noch nie gemacht ich habe es auch noch nie gesehen bei alte mit ihm oder so das darüber gelogen ich war so kurz ich war so kurz abseits ich will jetzt mal 3 1 wie war es auch klar wie er ist glück gehabt bis abseitig was ist nicht der fährt gar nicht weil er der hat schon vorne gehoben war noch eine sekunde zu spät was macht denn nicht mal so zeitig und zeitgekült aber nie Angst doch rein bin ich tschöner mal immer gewinnen wir nicht nicht na gut jetzt will ich auch abseits schade ne aber ich wollte eigentlich wechseln aber da brauchst du ja nicht die pass gehen wirst du ja wenn ich davon bestehe brauchst du ja nicht sagen dass ich im absatz stehe schlussende geländer wir brauchen jetzt nur doch den sieg schlussende geländer und da hat sich der Fall und jetzt nicht mehr gehen 2 2 4 ich spiel 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 wie verrückt aber ich schaff's trotzdem nicht ist das immer Mann Leute ich spiel 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 so sommer der spiel hat's geregelt tz 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 bayern bayern spiel na guck mal erstmal wie der sterby ausgegangen ist das ist auch nochmal hoch interessant 1 zu 1 das ist das für ein derby ergebnis vom himmels hin sperren abgelaufen und das ist schön das ist schön dass die sperren abgelaufen ist so wieder endliche tage pause bis nach hoffenheim geht verbleib von scharker was ist denn das ist ein der scheiß wieder mehr geld haben oder stehe ich irgendwie nicht auch traurig kommt schon was von prinzip runter und drimmig wird rafael ersetzen und wir hatten weihrauch gekauft was du sagst da gibt es auch genau und rafael nehmen wir mal traurig runter aber lassen wir mal sagen wir lassen mal scharker auf der position spielen mal schauen ob scharker den perfekten trick dafür hat so sonst passt alles oder auch wenn ich hier aufstellung für das nächste spiel auch wieder erfolgreich da jetzt kommen wir noch mal in die einstellung kurz so nee hä wo ist das naja wo man die tricks und wofür gibt es das ja aber dann würde ich mal sagen wir bedanken uns bei euch recht herzlich dass ihr eingestellt habt das like da wenn euch die folge gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten mal wenn es heißt 24 16 karriere bis dahin weiter nach